Hallo, mein Name ist Alois Kaufmann, ich bin bei MOCA vom 36. Läuferigen-Cross in Gatnow. Ja, an diesem Wochenende war unser grosse Cross in Gatnow und das ist eine spannende Sache mit Top-Athleten, darum lesen Sie es morgen auch, weil ich es auch will. Mein persönliches Highlight war, dass wir verletzungsfrei über die Runde gekommen sind, dass alle Athleten uns positive Feedbacks zurückgeben haben und auch Spitzenathleten bei uns am Start waren. Ja, weil ich jetzt im MOCA sogar mit dem Geri Christen vorstehe, ist es nicht möglich selbst zu starten, aber in jungen Jahren selbstverständlich ist das klar auch meine Vorbereitungen für die Wettkampf-Saison. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.